ich bin's wieder euer rolle reiseratte ich habe es mir mal wieder sehr hübsch gemacht hier in meinem kleinen butze ja ihr merkt schon die batterie von meiner mütze die lässt ein bisschen nach das bedeutet also dass es bald weihnachten ist bzw wir haben ja heute den heiligen abend und für das letzte weihnachtsgesicht in diesem jahr habe ich mir einen ganz besonderen gast eingeladen muss ich diese scheiß brille tragen nein du kannst die brille abnehmen aber dann setzt du bitte die mützen auf einmal wir wollen ein bisschen weihnachtsstimmung haben ich hasse weihnachtsstimmung brille ab und mütze drauf schwester bläst so schief die flöte omas gesicht hat rotweinröte mutter lässt die ganz verschmoren opa hält sich zu die ohren vater eilt zur geschenke tanke es ist heilig abend na danke ja das war kahl kaninchen ich würde mal sagen das war ganz toll und freust du dich auch auf weihnachten schnauze schnauze